Hier ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! GX, zu Park 127 und jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. Let's go! Nein, wo dass ich jetzt die versteckte, wo dass ich jetzt Cyber-Cook, wo dass ich sie jetzt gespielt hatte, wo dass ich sie jetzt gespielt hatte. Und nicht vorher. Hier sind zwei, drei, vier, was ist denn das so? Fünf, eins, zwei, drei, vier, vier, und fünf. Oh, das ist die falsche Anwalt, das ist mein Problem. Okay. Perfekt. Weil, dann habe ich nämlich die, die Karten, das reicht mir nicht, mir dann nämlich, dann kann ich gleich hingehen. Komm schon, Alexis, zieh, spiel die Zauberkarte, komm! Also, sie spielt Fusion. Okay, ah ja, sehr gut. Sie spielt schon mal die Fusion aus, das ist sehr gut. Aber dann soll sie gleich diese ausspielen und diese Karten gleich weg, dann kann sie gleich direkt damit angreifen, wenn was ist. Okay, das brauchen wir gerade nicht. Aber ich habe sie jetzt gerade welche Karten aufs Feld gerufen. Ja, perfekt, dadurch findet sie jetzt diese Handkarten auch. So. So. Perfekt aktiviert. Das war's. Weg mit Metamorphose, mach den mal weg. Nix da mit Metamorphose. Zweimal Metamorphose gehabt und die ist jetzt, die ist jetzt Gott sei Dank weg, wenn der auf dem Friedhof wird. Das war leider wohl nix mit Metamorphose. Da ist mir die Olle leider in die Falle getreten. Da ist mir die Olle leider in die Falle getreten. Hm. Na hoffentlich ist das jetzt keine Falle von denen. Ne. Oh ja, nur noch 1100 Punkte hat sie damit. Sehr gut. Damit haben die nur noch 1100 Punkte. Sie sollte lieber hingehen als diese Karte, lieber in die aufhören und lieber die Karte in die Falle spielen und diese Karte in die Verteidigung spielen. Okay. Passt. Passt. Passt alles, okay. Alles super. Hier. Wir gehen nur noch 1100 Punkte. Hä? Was ist die Falle? Ah, könnt ihr die Falle auch geben anscheinend, wie ich gerade gesehen habe. Jawohl. Damit haben wir nicht 1000 Punkte. Und noch 100 Punkte bleibt da. Ja, die Falle nicht. Ja, die Falle nicht. Ja, die Falle nicht. Ja, die Falle nicht. Ja, die Falle nicht aktivieren dürfen. Das ist euer Problem. Das ist euer Problem. Doppel-Sperr-Sägen-Käfer. 1200, okay. 2100 Punkte haben wir noch. Oh man, ist das knapp. Wir haben die 300 Punkte durch verloren. Perfekt. So. Nichts hier. Bis diese Karte verdeckt aufs Feld. Okay, wir machen gleich die jüngste Karte da vorne. Und. Wir haben es doch gar nicht zur Rüstung. Dann können wir nur 1000. Wenn es damit einer. Hm. Hm. Dann können wir schon mal drei Runden lang nicht angreifen. Damit habe ich die schon mal so drei Runden lang gestoppt. Hm. Ich habe sie damit schon mal drei Runden gestoppt. Die alte. Komm schon, Alexis. Verhaust jetzt nicht. Ja, wir haben jetzt noch 100 Punkte. Wir haben jetzt 2100 Punkte. Also verhaust wir die jetzt nicht. Kleines Verhaus nicht. Du rüstest sie aus. Das ist besser. Genau. Das war's. Keine Falle. Perfekt. Wir haben jetzt noch gewonnen. Yes. Das war's. Wir haben sie besiegt. Yes. Das war's. Oh. 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 Ich komme jetzt her mit eure 5 Medaillen hier. Okay, jetzt im Schlafsaal gehen wir mal hin und ich gucke, dass ich das jetzt noch rumkriege und dann... So, guck mal, Duell. Drei sind okay, dann haben wir 66 damit. Dann haben wir gleich damit 66, wenn wir das Duell gewinnen sollten. Weg damit, wir machen als erstes. Gott sei Dank, bevor es zum Finale kommt, werden wir noch alles noch speichern. Ich habe hier wieder irgendwas machen müssen, was gar nicht so richtig ist. Ich tue es. Jaja, tue es doch, du mit deinem Slifer-Freund. Oh ja, ist der Topf der Gear gezogen, perfekt. So spielt Topf der Gear aus, das ist super, perfekt. Jetzt bist du wieder meine... Jetzt bist du wieder... Jetzt bist du wieder meine... Jetzt bist du wieder meine... Jetzt bist du wieder meine Alexis. So wie ich sie live im Leben kenne. Die Freundin, der wo ich als Paar zusammengekommen bin. Nein, wie... Wow, gleich zum ersten Mal die Fusion. Wir haben die Fusion gleich. Ha, geil. Ja, finde ich cool. Gleich zum ersten Mal gleich die Fusion aufgerufen. Das ist ja cool. Gleich für das erste Zug gleich eine Fusion. Hammer. Hier ist gleich die Fusion. Hammer, perfekt. Perfekt. Hat sie gleich als erstes Zug gleich die Fusion aufgerufen. Perfektomondo. Und kann er gleich noch einen Monster spielen. Hä, das ist ja Hammer. Spielst du noch die Karte? Das ist ja cool. Und... Ja, perfekt. Na, kann ich jetzt damit... Dann, bitte. Okay. Ich finde es cool, dass sie gleich die Fusion aufgerufen kann... Dann bin ich jetzt dran... Ich ziel... ...spür". Was heißt, ist du so... Die Karte ist in der Angriffsposition. Ich spiele diese verdeckt. Jetzt die Karte in der Angriffsposition. Ob mich ist da jetzt keine... Ich frage mich, wo ich das Block drunter habe. Ich hoffe, es geht durch der Angriff. Jawohl, dann kommt die durch. Ich frage mich gleich die erste. Jetzt verlieren sie gleich nochmal 2.500 zusätzliche Punkte. Hm, nächster Zug haben wir gewonnen. Wenn ja keine Fall, der wieder gespielt. Ta, Enter. Jetzt kommt dieser kleine Slifer-Freak dran. Aha. Schön für dich. Nope. Weißt du was, das ist mir... Das ist mir in dem Sinne sowas von egal. Spiel ruhig. Ja, ich weiß, damit kann er jetzt eine andere Karte mitrufen. Aber ich lasse es nicht zu, dass er eine andere Karte ruft. Tut mir leid. Ich lasse nicht zu, dass du den Refekt aktivierst, mein Freund. Ich fahr zur Hölle mit deinem Monster. Tja. Dadurch haben wir gewonnen, Alter. Ta, Endo. Du bist dran. Oh, wir kriegen's grad noch hin. So, jetzt kannst du das Duell beenden. Ah, das war jetzt das schnellst Duell. Das war jetzt das schnelle Runde. Das war jetzt das schnelle Runde. Ich muss bloß mit dem 2000er-Motor angreifen, dann ist es vorbei. Ich hoffe, die rüstet ihr starkst. Ich hoffe, die rüstet ihre Fusion damit aus. Das war cool. Und? Okay, warum grad sie? Hättest du sie noch stärker machen können, wäre besser gewesen. Mauer. Passt. Das sollten wir auch gewonnen. Oh yeah. Gewonnen. Nach fünf Runden. Dann hab ich doch die richtige Partnerin gewählt fürs Duell. Passt doch. Wow, reicht 700. 714 Punkte. Mal durch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mal durch. Gut, dann banden wir jetzt den Part. Wir sehen uns morgen wieder. Das war jetzt der Part von 27. So. Und dann? Ja. Ja. Und? Bis zum nächsten Mal.